Du bist keine Nummer. Du bist ein einzigartiger Mensch, den es noch nie gegeben hat vor dir und den es nie mehr geben wird. Denn Gott macht keine Kopien, der macht nur Originale. Und du bist ein herrliches, schöpferisches Original Gottes. Schalom, Schalom. Aller liebste Grüße aus Deutschland. Ich weiß, ich, dieser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Bist ihr, Gott ist nie gekommen, um in Gebäuden zu leben oder eingesperrt zu werden in Tabernaken. Er will, dass du ein Tabernaker Gottes wirst. Er will, dass du ein lebendiges Gefäß Gottes bist. Du bist ein An-Christi-Stadt-Vertreter auf dieser Welt. Und da möchte ich jetzt mit Gewissheit jedem Menschen, der dieses Video sieht, sagen, du bist der Traum in Gottes Herzen. Und du bist das Potenzial in seiner Hand. Und du bist Außersehen und Außerwelt ein Botschafter, Jesu Christi auf dieser Welt zu sein. Und da möchte ich noch vielen, vielen Menschen die Augen des Herzens öffnen, damit sie erkennen, wie wichtig sie für Gott sind. Wir leben jetzt in einer Zeit, die es, glaube ich, in dem Ausmaß noch nie gegeben hat, weil es zwar nicht wie zur Zintflut war, zu Noahs Zeiten, aber jetzt ist es eine weltweite Erschütterung der weltlichen Systeme dieser Welt. Wisst ihr, ich habe den zweiten Weltkrieg erlebt, als Kind. Und wie diese ganze Situation gekommen ist, habe ich erkannt, Hitler war ein Kinderspiel, verglichen zu dem, was jetzt auf uns zukommt. Denn das ist das Endszenario von dieser Welt. Und Satan weiß, seine Zeit ist sehr kurz. Und er spielt jetzt alle Spielchen auf. Alle. Also er weiß, er hat alles schon verloren. Er kann nichts mehr für sich gewinnen, für seine Person. Aber er kann noch viele Menschen gewinnen, die er mit sich in die Hölle reißt. Und das Gleiche hat er ja gemacht, wie er den Himmel verlassen musste. Er hat dann auch möglichst viele Engel mitgerissen auf die Erde. Und jetzt ist wirklich eine Zeit, wo die Schafe von den Ziegen getrennt werden. Wo der schmale Weg vom breiten Weg getrennt wird. Wo die Religiösen von den Gläubigen getrennt werden. Wo die Hure von der Braut getrennt wird. Gott, ihr Lieben, es gibt jetzt nur noch zwei Wege, die wir wählen können. Ewige Herrlichkeit oder ewige Verdammnis. Und da, ihr Lieben, an dem Weg stehen sehr viele. Gott will nicht deine Anstrengung. Er will deinen Glauben. Er will dein Vertrauen. Er will, dass du glaubst. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, Jesus Christus, um für dich und mich zu sterben. Den Tod, den wir verdient haben. Damit wir leben können. Ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes ist ein freies Geschenk. Und wisst ihr, bevor wir das glauben können, müssen wir erkennen, dass wir in unserer eigenen Kraft es weder sind, noch haben, noch können. Wir müssen zu dieser absoluten Bankrotterklärung kommen. Kein Mensch kann sich den Himmel verdienen. Keine Religion wird dir ewiges Leben garantieren. Meinem Papa habe ich einmal gefragt, Papa, bist du eigentlich Christ? Er sagt, was hast du denn? Ich bin doch Österreicher. Und so leben auch viele in Deutschland. Und sie glauben, als sie in Deutschland geboren sind, sind sie Christen. Wir sind alle mit einer Erbsünde belastet gekommen. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Und da brauchen wir eine total neue Natur. Da braucht es eine Wiedergeburt. Und dazu brauchen wir auch die Erkenntnis, dass ich es brauche. Ja, wisst ihr, wir haben ja Jahrhunderte haben wir gebetet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Raus aus dem Gebäude der Kirche. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier. Wir haben jahrhundertelang Kirche gebaut, mit den gleichen Prinzipien wie die Welt. Erfolge erzielt. Eifersucht. Also es ist furchtbar, was da der Feind an Verführung angerichtet hat. Wisst ihr, wie diese Notre Dame in Frankreich gebrannt hat? Dann habe ich mich unwahrscheinlich gefreut und bin dann zu Gott und habe gesagt, ja, Herr, bin ich nicht ganz normal? Ich freue mich, dass diese Notre Dame brennt. Dann sagt der Maria, ich auch. Ein Götze von mir brennt. Gott wollte nie in Gebäuden eingeschlossen werden. Er wollte immer nur in den Herzen der Menschen leben. Jesus kam, um das Reich Gottes zu bauen. Und das Reich Gottes sind du und ich. Du und ich haben die Berufung, ein Vertreter des Königs aller Könige zu sein. Du und ich, wir sind die Stimme Gottes auf dieser Welt. Du und ich, wir sind der Traum in Gottes Herzen. Herz ist da drunten, wo die Eingeweide sind. Das ist nur eine Pumpe da rum. Im Hebräischen ist Eingeweide und Herz dasselbe Wort. Also das Herz ist da drunten, okay? Und so wisst ihr, es geht wirklich jetzt darum, wo stehst du. Du kannst dich hinter nichts mehr verstecken, sondern bist einzig und allein vor Gott. Denn er sieht dein Herz. Und er kommt, der Herr Jesus kommt, und zwar für die Braut. Und die Braut hat ihre erste Liebe für Jesus. Sie hat auch Öl in der Lampe. Das heißt, sie wird vom Heiligen Geist gelenkt. Und da habe ich noch einen sehr großen Seelenschmerz. Für wie viele Menschen auf dem Weg zur ewigen Verdammnis sind und glauben, sie sind auf dem Weg in den Himmel. Zurzeit wird die ganze Welt mit Angst kontrolliert. Und Angst auf Englisch heißt Fear. F-E-A-R False Evidence Appearing Real Falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Wir müssen heraus aus dem Kontrollsystem der Angst. Und es wird noch schlimmer kommen, ihr Lieben. Es werden uns alle Rechte entzogen werden. Es kommt noch eine Zeit, wo sie uns richtig wie Sklaven behandeln. Aber da müssen wir stehen wie eine Eins. Denn wir sollen durchbrechen in eine Sprache des Glaubens. Und Glaube auf Englisch heißt Faith. F-A-I-T-H For all I trust him. Für alles vertraue ich Gott. Und das leben wir in Afrika. Wir vertrauen Gott hundertprozentig. Weißt ihr, ich habe ja über 10.000 Leute, die ich jeden Tag dreimal füttern muss. Das sind Mengen, was diese Afrikaner essen. Und es kommt ja auch noch das bargeldlose System. Nur die mit der 666 können noch etwas machen. Und das wird bei mir nie geschehen. Und da habe ich gesagt, Herr, wie kann ich diese Menschen ernähren? Und da habe ich gesagt, also zuerst einmal Land kaufen, wie verrückt. Und eine Landwirtschaft. Und das machen wir jetzt auch. Und da haben wir jetzt auch schon 40 Hektar Brennholz angepflanzt. Und zwar Eukalyptusbäume. Und ganz, ganz viel Landwirtschaft. Und da habe ich gesagt, aber Herr, wenn das auch nicht reicht. Und da habe ich gesagt, vergiss. Maria, vergiss nicht. Ich habe es schon 40 Jahre vom Himmel fallen lassen in der Wüste. Ich werde euch versorgen. Wisst ihr, Gott sucht jetzt Menschen, die den Charakter eines Daniels haben. Eines Joshuas, Kaleb, Jüngling im Feuerofen, einer Königin Esther, einer Ruth. Das sind Menschen, die nicht von Angst gequält und getrieben werden. Denn Angst ist die Sprache der Hölle. Glaube ist die Sprache des Himmels. Und wir müssen jetzt durchbrechen in die Sprache des Himmels. Es wird nichts mehr so funktionieren wie früher. Wir müssen jetzt frei werden, dass es ein Umdenken gibt. Wir haben ja jahrhundertelang, obwohl Jesus 40 Tage Reich Gottes gepredigt hat, haben wir trotzdem weitergelebt. Ich mich meiner, mir Herr segne doch uns vier. Und haben überall uns selbst verherrlicht. Wenn ich mir denke, mir wurde eine Kuh angeboten in Uganda, die 60 Liter Milch gibt am Tag. Dann habe ich gesagt, ja Moment, diese Kuh will ich auf keinen Fall. Die lebt ja nur von Hormonen. Und die Bibel sagt, der Gerechte erkennt die Bedürfnisse seines Tieres. Ich sage, ich habe lieber drei Kühe, die mir am Tag 20 Liter geben und glücklich sind. Ich will ja auch nicht mit so einer Brust herumlaufen. Dieses Euter hat am Boden geschleift. Das ist die menschliche Gier. Möglichst schnell viel zu erzielen. Wisst ihr, wir müssen alle Lebensbereiche jetzt in die Herrlichkeit Gottes hinein verschieben. Zum Beispiel Landwirtschaft. Bei mir werden alle Felder im siebten Jahr ruhen. Wir haben keinen Kilo Kunstdünger auf unseren Feldern. Wir produzieren selbst Nahrung für den Boden aus den verschiedenen Kuhmisten und Hühnern und Ziegen und Schafen. Wir sammeln Blätter, wir sammeln die Nadeln. Wir kompostieren das und geben es in die Erde. Unser Trinkwasser hat alle Mineralien noch. Unser Trinkwasser in Uganda ist nicht verseucht, weil wir noch keine Kunstdünger verwendet haben. Und haben drei Ernten im Jahr. Und wir wollten schnell viel Geld. Die Liebe zum Geld, die Liebe zum Reichtum ist die Wurzel allen Übels. Da muss man von hundertprozentig wegkommen. Meine Hühner, die sind die glücklichen Hühner. Ich sorge dafür, dass unsere Tiere glücklich sind. Und das sind sie auch. Also das Schulwesen, es hat ein Psychologe festgestellt, dass alle Kinder extrem intelligent geboren werden. Aber doch unser Schulsystem, auswendig Lernen für Prüfungen nach Abschluss der Schule, nur weil nur zwei Prozent sehr intelligent sind. Drum fangen wir jetzt überlaut mit Homeschooling. Denn wir sollen das Kind so biegen, wie es Gott geschaffen hat. Ich sage es euch, ich bin so begeistert von meinen Kindern, die durch Homeschooling gegangen sind. Die sind mit 18 Jahren schon so frei, Gottes Wege zu gehen. Schau, meine Tochter, die ist jetzt 18 Jahre und züchtet schon seit Jahren Schweine. Aber mit größtem Erfolg und mit größter Liebe. Und dann habe ich sie jetzt gefragt, bevor ich jetzt nach Europa geflogen bin, weil sie wollte immer Ärztin werden. Sie hat gesagt, Mama, wenn ich geimpft werden muss, kann die Universität mich von hinten sehen. Außerdem hat sie gesagt, lernt man auf der Universität, wie man Schweine züchtet? Ich habe gesagt, nein, das lernt man dort nicht. Ich sagte, ich will vom Leben lernen. Ich will nicht Wissen ansammeln, das mich eigentlich wegbringt von Gott, das mich unabhängig macht von Gott. Ich will in dieser Abhängigkeit von Gott leben. Und wisst ihr, das ist das Schönste. Ich habe meine Kinder gefragt, kurz vor meinem Fliegen, wo ist Gott? Wo ist Gott für euch? Dann sagt ein Kind, Mama, wie die Luft, wie die Luft, überall ist er, halt gegenwärtig, das ist Afrikaner. Und meine Kinder sind extrem selbstständig, aber nicht jetzt von selbst abhängig, sondern von Gott abhängig. Sie sind gottesfürchtig. Und es freut mich unwahrscheinlich, ja, alle, alle Schichten der Kindererziehung, der Ehe, der Landwirtschaft, ja, alle Ebenen haben wir mit Egoismus, mit schnell viel Geld und viel Erfolg durchdrungen. Und da müssen wir hinkommen, wie sieht Gott diese ganzen Ebenen. Zum Beispiel die Ehe. Die Ehe ist nicht ein Gesetz, sondern ein Bund zwischen Gott, Mann und Frau. Und einen Bund kann man nicht ändern. Wir haben Gesetze daraus gemacht. Aus den Gesetzen kann man locker verändern, kann man auflösen. Einen Bund kann man nicht auflösen. Ihr Lieben, Jesus ist gekommen, um uns zu versöhnen mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen, mit Gott. Und wenn du nicht in diese Vergebung fliehst, dann hat der Feind offene Türen in deinem Leben. Nur Menschen, die Gott mehr glauben und mehr vertrauen als den Umständen, schaffen es jetzt durch diese Zeit. Warum geschehen so viele Selbstmorde in unseren Tagen? Das sind alles Menschen, die an ihre absoluten Grenzen gekommen sind und keinerlei Chance mehr sahen für ein weiteres Leben. Und damit haben sie noch die letzte selbstbezogene Tat begangen. Selbstmord. Ich möchte alle Selbstmörder noch erwischen, bevor sie diese Tat begehen und ihnen sagen, ja, du musst, Stern, deinem alten Leben gegenüber, deinem Eigensinn, deinen Vorstellungen gegenüber. Aber du kannst leben durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Leben Jesus in dir. Einige durften dich schon von dieser Tat ablenken, sich selbst zu töten. Das ist die letzte egoistische Tat, die ein Mensch machen kann. Glauben brauchen wir. Glauben, dass Gott im Feuerofen selbst, die Jünger sind im Feuerofen getanzt und Jesus war nur dabei. Und kein einziges Haar wurde versendt. Und die wurden hineingeworfen, zusammengebunden, in Decken eingewickelt. Das ist alles weggebrannt, aber sie hatten keine einzige Brandwunde. Jesus hat mit ihnen dort getanzt. Und wenn ich an einen Daniel denke, der war der Liebling des damaligen Königs. Und wenn du beliebt bist, wenn du gesegnet bist, hast du Eifersüchtler und Neider. Und die hatte das, der Daniel. Und die wollten dem Daniel einen Schabernack treiben, und zwar einen tödlichen. Und sind zum König und haben gesagt, es gibt Leute in deinem Reich, die beten einen anderen König an wie du. Und die erwarten sich von einem anderen König wie du Hilfe. Das war für den König ein rotes Tuch. Und er hat ein Gesetz gemacht, dass alle, die einen anderen König anbeten, die kommen in die Löwenkugel. Ohne zu wissen, dass der Mensch, den er sehr lieb hat, den Daniel, der erste Betroffene sein wird. Das Gesetz wurde erlassen. Daniel hörte davon. Und er ging nicht nach Hause und verkroch sich im Keller, sondern er riss die Fenster weit auf und betete dreimal zu seinem Gott laut. Und die warteten und waren glücklich, dass sie diesen Daniel jetzt beiseite schaffen können. Und der König musste zu seinem Gesetz stehen. Und der Daniel wurde in die Löwenkugel geworfen. Und ihr Lieben, frage ich den Herrn, wieso haben diese Löwen, die hungrig waren, diesen Daniel nicht gefressen? Dann hat der Herr zu mir gesagt, weil beim Daniel konnten sie kein Fleisch mehr riechen. Der Daniel war vollkommen im Geist. Der hatte keine Angst vor dem Stern. Der war total auf Gott ausgerichtet. Und wenn wir Angst haben, strahlen wir was aus. Die Tiere riechen das. Die konnten nichts mehr riechen. Der König war verzweifelt, dass er mir hörte, dass der Daniel der erste war, der eine Löwenkugel geworfen wurde. Und die ganze Nacht konnte er nicht schlafen. Und hat wirklich gebeten, dass Gott den Daniel bewahrt. Der Gott, zu dem Daniel gehört. Und in der Früh lief er zur Löwenkugel und schrie schon von Weitem, Daniel, hat dein Gott dich beschützt? Und der Daniel schrie, ja, König, ich lebe. Mein Gott hat mich beschützt. Und diese Löwen haben geschnurrt wie Kätzchen neben dem Daniel. Vielleicht hat er noch seinen Kopf die ganze Nacht auf einem Bauch von einem Löwen gejagt und hat munter geschlafen. Das ist der Schutz, den Gott denen gibt, die keine Angst vor dem Sterben haben und nicht käuflich sind. Gut, er kam heraus. Und jetzt ist für mich die Tragik. Dann wurden die Männer, die verursacht haben, dass der Daniel in die Löwenkugel kam, mit ihren Frauen und Kindern in die Löwenkugel geworfen und sofort von den Löwen gefressen. Ihr lieben Männer, ihr habt so eine Verantwortung der geistlichen Leidenschaft in euren Familien. Betet, betet, dass Gott euch zu Männern wie Daniel macht. Zu Männern wie Joshua und Caleb. Und ihr Frauen. Wir Frauen, wir müssen werden wie Königin Esther. Gott hat mir vor zwei Jahren gefragt, ob ich den Mantel der Königin Esther annehme. Dann habe ich gesagt, Herr, bitte, lass mir mal nachdenken. Dann habe ich gesagt, ja, die war haarscharf daran, getötet zu werden, aber sie hat überlebt. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Glaube ist jetzt gefragt. Und zwar Glauben an das Wort Gottes. Denn keiner Waffe, die gegen dich und mich geschmiedet wird, wird es gelingen, uns zu schaden. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ja, und wenn wir zuerst sein Reich suchen und seine Gerechtigkeit, dann wird alles andere uns zufallen. Ihr Lieben, ich werde vor Zufällen fast erschlagen manchmal. Der Herr steht zu seinem Wort. Aber zuerst, zuerst heißt Nummer eins, Reich Gottes, sein Reich, seine Gerechtigkeit. Dann, dann kommt ein Segen und Ende. Ich möchte euch auch raten, dass ihr in der Bibel einmal den 5. Mose 28 liest. 5. Mose 28, das ist so ein wichtiges Kapitel für alle Gläubigen. Da heißt es, und es wird geschehen, wenn, und wenn ist das wichtigste Wort in der Bibel, das allerwichtigste. Wenn wir auf die Stimme Gottes hören und tun, was er sagt, dann wird der Segen fließen ohne Ende. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes genau gehörst, dass du darauf achtest, alle seine Anweisungen zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehörst. Ich sage, das wichtigste Wort für alle Christen heute ist, wenn. Höre auf die Stimme Gottes. Wir haben gebetet jahrhundertelang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Bitte Gott jeden Tag, was hast du im Himmel vorbereitet, damit ich es auf die Erde holen kann. Wenn du das tust, dann wird der Segen fließen, wie beim Daniel, wie bei Josch und Kaleb, wie bei der Königin Esther. Aber wenn, ihr Lieben, nicht wenn wir das tun, was die Regierung will. Nicht, wenn wir Dinge tun, die andere Menschen, die uns versklaven wollen, tun, dann wird der Segen nicht fließen. Aber wenn wir das tun, was Gott sagt, dann haben wir hier, was am Lauf, von 3 bis 13, also unwahrscheinlich. Dabei heißt es, du wirst nur immer aufwärts gehen und nicht hinunter sinken. Wenn du den Anweisungen des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die zu bewahren und zu tun, ich dir heute befehle. Und von all den Worten, die ich euch heute befehle, weder zur Rechten noch zur Linken abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen, ihnen zu dienen. Und dann kommt Vers 15 im 5. Mose. Ich kann es mir nicht leisten, nicht auf die Stimme Gottes zu hören. Und zu tun, was er sagt. Und ich darf immer nur Danke, Danke, Danke sagen. Wenn du das tust, dann wird Gott dich in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Gunst schwimmen lassen. Und du selbst kannst nichts mehr erklären, sondern nur immer Danke sagen, Danke, Danke, Danke. Ja, aber da gehst du um mehr. Die wahre Größe im Reich Gottes. Gott ist stark in den Schwachen. Die Letzten werden die Ersten sein. Das sind ganz neue Prinzipien. Nicht ich mich meiner mir, sondern Christus in mir. Ohne den Heiligen Geist können wir das christliche Leben nicht leben. Sondern wir brauchen den Heiligen Geist jede Sekunde unseres Lebens. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich schicke euch meinen Geist. Nur der Geist, der in Christus war, während er auf der Welt war, wird uns in den selben Lebensstil bringen wie Jesus. Wisst ihr, da ist ja noch eine Schriftstelle, die ich euch noch nicht vorgelesen habe, aber die für mich so ausschlaggebend ist. Im Matthäus-Evangelium 28, am Ende dieses Evangeliums, heißt es, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Geht nun hin. Nichts sitzt herum. Geht nun hin. Und macht alle Nationen zu Jüngern. Und tauft sie, und zwar ist es die Erwachsenen-Taufe, in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi, im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Tauft sie, ja, auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes, in den Tod und in die Auferstehung, und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Veränderung des Zeitalters. Die Gegenwart Gottes ist das Aller-, Allerwichtigste zur Zeit. Ich glaube, Gott segnet uns, damit wir ein Segen sind. Nicht, wer rafft, ist der glücklichste Mensch. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Wer gibt, bis es wehtut, der hat Segen ohne Ende. In diesem Mund haben wir entweder Fluch oder Segel. Pass auf, welche Worte du sprichst, über dich selbst und über andere. Das ist ganz wichtig. Wir müssen neue Prinzipien lernen. Ich sage es euch, Schüchternheit ist im Reich Gottes keine gute Anlage. Kühnheit, Kühnheit. Und da sind viele noch sehr verängstigt. Wir sollen mit Mut in das Reich Gottes kommen. Mit Kühnheit, mit Glauben, der Berge versetzt. Und das ist natürlich eine Umstellung für viele, die nie erzogen wurden, dass sie wirklich zu ihren Überzeugungen stehen dürfen. Aber was mir noch sehr wichtig ist, ja, da muss ich auch noch was erzählen, weil die Berufung viel größer ist, als du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber wir müssen wissen, wer wir sind. Aufgrund dessen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Es ist nicht genug, dass wir nur wissen, was er getan hat, sondern wir müssen es in Anspruch nehmen. Ich könnte eine Million Euro auf deinem Privatkonto einzahlen, oder du kannst schon überall herumgehen und prahlen, du hast eine Million Euro auf deinem Privatkonto, aber wenn du es nicht abhebst, kommst du nicht in den Genuss dieses Geldes. Und so müssen wir alles abholen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Glauben, darin wandeln und dich darin sehen. Damit arbeiten. Ja, ihr Lieben, es geht jetzt ums Reich Gottes. Es geht nicht mehr um dich und mich, sondern dass wir den König aller Könige sichtbar, spürbar in diese Welt bringen, indem wir in allererster Linie von Jesus lernen, heißt ein Jünger wie Jesus. Ein Jünger werden wie der Meister. Unser Ziel ist so zu werden wie Jesus. Denn jeder Jünger will so werden wie der Meister. Und unser Meister ist Jesus Christus. Weder ein Papst noch sonst ein Bischof, nur Jesus Christus ist unser Meister. Und von dem sollen wir lernen, wie er sollen wir werden. Und jetzt, wisst ihr, in den ganzen vier Evangelien ist nie erwähnt das Wort Christen. Nie. Nur Jünger. Also wir haben das wirklich jahrhundertelang versäumt, Jünger zu machen. Und dann im Rauf, in der Apostelgeschichte, und das hat mich sehr überrascht, dass in der Apostelgeschichte 11, Vers 26 heißt es, es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Und dass die Jünger zuerst, zuallererst, in Antiochia Christen genannt wurden. Erst, als sie Christus ähnlich waren. Christ zu sein heißt, es ist nicht eine Religion, Christ zu sein heißt, wir sind kleine Gesalbte. Und Christus ist der große Gesalbte. Und wir sollen alle so werden wie Jesus. Also ist es wichtig, dass du und ich Jünger werden. Ja, aber im gewissen Alter ist das auch günstig, wenn man Jünger wird. Aber so werden wie Jesus. Meine Frage viele Male täglich heißt, Herr Jesus, wie verhältst du dich in dieser Situation? Und dann tue ich, was er sagt. Wir sollen so werden wie er. Und er wird dich nie alleine lassen. Er will in dir, mit dir, durch dich leben auf dieser Welt. Er hat nur dich und mich als Tempel für seine Gegenwart auf dieser Welt. Und unsere permanente Beziehung mit ihm. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben könnt, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Hab deine Lust am Herrn. Dann wird dein Leben lustig, garantiert er. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Denn Jesus kommt bald. Er kommt bald. Und er kommt für die Braut. Und er will eine Braut, die vollkommen auf ihn ausgerichtet ist. Und zwar, die noch Feuer in der Lampe hat. Das Feuer ist der Heilige Geist. Und die sich durch nichts ablenken lässt, anderen Göttern zu dienen, anderen Wege zu gehen, außer den Weg in vollkommener Verfügbarkeit dem Herrn Jesus Christus gegenüber. Ich vertraue, ich sehe jeden von euch, der dieses Video anzieht in der ewigen Herrlichkeit. Jesus kommt nämlich bald. Es kann sehr, sehr bald sein. Shalom, Shalom.